Wie funktioniert der Fernsehempfang via Satellit und welche Komponenten werden dazu benötigt? Zum Empfang von digitalem Satellitenfernsehen benötigen Sie eine Außeneinheit, das heißt eine Satellitenantenne, ein digitaltaugliches LMB, ein Koaxialkabel, einen digitalen Satellitenreceiver und einen Fernseher. Technisat bietet Digitalfernseher mit integriertem Digital-Satellitenreceiver an. So kann alles über eine Fernbedienung gesteuert werden. Wenn mehr als vier Teilnehmer versorgt werden sollen, muss ein Verteiler, ein sogenannter Multischalter, eingesetzt werden. Die Signale vom Satelliten treffen auf die Satellitenantenne und werden im Brennpunkt an der Stelle, an der das LMB befestigt ist, gebündelt und von der Empfangseinheit in niedrigere Frequenzen umgesetzt, zum Multischalter geleitet und in einer Sternverteilung an die einzelnen Digital-Sat-Receiver transportiert. Wie kann ich meine vorhandene analoge SAT-Anlage auf Digital-Sat umrüsten? Nachdem Sie den Digital-Check auf Teletextseite 198 gemacht haben und nun wissen, dass Sie noch analoge Satellitenfernsehen empfangen, sollten Sie die Komponenten auf Ihre Digitaltauglichkeit prüfen. Schauen Sie sich am besten als erstes Ihren Receiver an. Eindeutige Merkmale für einen Digital-Sat-Receiver sind zum Beispiel aufgedruckte Logos. Ist an der Front das Logo DVB, Digital Video Broadcasting, sichtbar, ist es auf jeden Fall ein digitaler Receiver. Genauso verhält es sich, wenn auf der Front das Logo HDTV aufgedruckt ist. Schließlich können nur Digital-Receiver HDTV empfangen. Ist keines dieser Logos vorhanden, ist der Receiver mit aller Wahrscheinlichkeit nicht digitaltauglich und muss somit ausgetauscht werden. Eine weitere Ursache für den Empfang von AnalogSat ist meist das sogenannte LMB, die Empfangseinheit. Analoges Satellitenfernsehen wird auf zwei Empfangsebenen übertragen. Im Zuge der Digitalisierung benötigte man zwei weitere Empfangsebenen, das sogenannte Highband horizontal und vertikal. Dadurch konnte der Frequenzbereich erweitert und im Verbund mit einer neuen Übertragungstechnik so die Kapazität erhöht werden. So werden mehr Sender in besserer Qualität übertragen. Ihre vorhandene analoge Sattanlage funktioniert nach diesem Prinzip. Sie haben eine Außeneinheit, eine Satellitenantenne in Kombination mit einem Dual-Output-LMB. Von diesem gingen zwei Leitungen zu Ihrem Multischalter. Bei der Sternverteilung verwaltet der Multischalter als zentraler Verteiler das vorhandene Signalangebot. Dabei sind alle Teilnehmer über ein individuelles Kabel mit ihm verbunden. Da aber im Zuge der Digitalisierung zwei weitere Frequenzbereiche hinzukamen, benötigt man neben den Digital-Sat-Receevern auch ein neues LMB sowie einen neuen Multischalter. Tauschen Sie nun als erstes Ihr altes Dual-Output-LMB gegen ein Universal-Quattro-LMB. Als nächstes müssen zwei zusätzliche Koaxialkabel vom LMB zum Multischalter geführt werden. Es sollten nun vier Koaxialkabel von Ihrem LMB zum Multischalter gelangen. Nun tauschen Sie bitte den alten gegen einen neuen Multischalter. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht vertauscht werden. Wie diese verlegt werden, sehen Sie an den Beschriftungen am LMB und am Multischalter. Als Multischalter empfiehlt sich zum Beispiel das Technisystem 5-8G2 als Grundeinheit. Mit diesem System können bis zu acht Teilnehmer versorgt werden. Durch zusätzliche Kaskadeneinheiten können bis zu 500 Teilnehmer eingespeist werden. Nachdem Sie nun sämtliche Komponenten ersetzt haben, sind Sie der Digitalisierung einen guten Schritt näher gekommen. In der Regel ist die Neuausrichtung der SAT-Anlage nicht notwendig. Um Fehlerquellen auszuschließen, sollten Sie Ihren Digital-Sat-Receiver direkt mit einem Ausgang am Multischalter verbinden. Versorgen Sie Ihren Receiver jetzt erst mit Strom und verbinden diesen mit Ihrem Fernseher. Wie funktioniert die Erstinstallation meines Digital-Sat-Receivers? Jetzt zeigen sich bereits die ersten Vorteile des digitalen Satellitenempfangs. Mit Technisat-Digital-Sat-Receiver wird die Erstinstallation zum Kinderspiel. Auto-Install der Installationsassistent führt Sie Schritt für Schritt durch die einfache Geräteinstallation. Sind Sie am Punkt Antennenkonfiguration angekommen, sehen Sie, ob ein Signal vorhanden ist. Haben Sie Ihren Satelliten gefunden, setzen Sie die Erstinstallation bitte fort. Wird kein Pegel angezeigt, dann brechen Sie die Installationsroutine bitte ab. Werkseitig sind alle Receiver von Technisat bereits vorinstalliert. Rufen Sie nun das Programm das Erste auf. Alle Technisat-Digital-Receiver verfügen über eine Statusanzeige. Hier werden Ihnen Informationen über das ausgewählte Programm sowie ein Pegel angezeigt. Anhand dieser Anzeige lässt sich Ihre Satellitenanlage ausrichten. Justieren Sie nun Ihre Satellitenantenne in langsamen Schritten mit Hilfe der Statusanzeige. Schalten Sie anschließend einen Digitalsender der Öffentlich-Rechtlichen wie zum Beispiel ZDF Neo ein, um festzustellen, ob Sie bereits digitales Satellitenfernsehen empfangen. Somit haben Sie Ihre Umrüstung erfolgreich abgeschlossen. Haben Sie noch Fragen oder trauen Sie sich nicht an die Umrüstung heran? Als kompetenter Ansprechpartner stehen Ihnen die Technisat-Fachhändler gerne zur Seite. In ganz Deutschland gehören über 8000 Fachhändler zu unseren Partnern. Den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Homepage. Möchten Sie schon mal nützliche Tipps vorab? Wählen Sie einfach das Video Experten-Tipps aus.